Das Ergebnis des zweiten Kindersitztests 2021 fällt durchaus positiv aus. Zwölf erhielten ein Gut, einer ein Befriedigend, drei ein Genügend und ein Produkt wurde mit Nichtgenügend gewertet. Ein Sehrgut bekam jedoch keines der getesteten Modelle. Warum? Das Problem ist hier, unser Bewertungsschema orientiert sich eigentlich am Erwachsenen. Das heißt, wir setzen eigentlich voraus, dass Kinder im BKW genauso sicher oder vielleicht sogar sicherer unterwegs sein sollen als Erwachsene. Jetzt ist es für uns Erwachsene aber sehr einfach, sich anzuschnallen. Wir greifen einfach zum Dreipunktgurt, machen ihn zu, die Geschichte ist erledigt. Und in der Situation eines Unfalls gibt es in der Zwischenzeit zig Airbags im Auto. Es gibt Gurtstrafer, Gurtkraftbegrenzer. Das heißt, wir Erwachsenen müssen uns eigentlich nicht um viel kümmern, um ein hohes Sicherheitsniveau zu genießen. Und das fordern wir halt von den Kindersitzherstellern auch, dass sie das irgendwie schaffen, ein Produkt zu gestalten, das die Sicherheit auf das Niveau des BKWs hebt und die Bedienung in etwa so einfach macht, wie das Anschnallen mit einem Dreipunktgurt ist. Das ist natürlich eine Bärenaufgabe. Ein Produkt fiel beim aktuellen Test mit der Note Nichtgenügend durch. Ja, das Nichtgenügend kann aus zwei Gründen entstehen. Entweder es gibt in der Sicherheit einen desaströsen Vorfall oder wir haben die leidige Schadstoffthematik. Selten ist es wegen der Bedienung. Und dieses Produkt hat es halt mit Schadstoffen erwischt. Obwohl wir eigentlich gehofft haben vor zehn Jahren, als wir mit dieser Bewertung begonnen haben, dass wir da einmal nur den Finger in die Wunde legen, ein bisschen Druck aufbauen und dann ist das Thema erledigt. Aber leider Gottes begleitet uns das auch weiterhin. Und es gibt immer wieder Produkte, die wegen Schadstoffen, die wir finden, ein Nichtgenügend bekommen müssen. Beim aktuellen Test wurden auch zwei sogenannte mitwachsende Kindersitze getestet. Also mitwachsende Kindersitze wachsen natürlich nicht selbstständig mit. Man muss schon was tun. Die gab es im Prinzip immer schon. Nur die neueste Mode ist eben, Sitze anzubieten, wo der Marketing-Gag, würde ich fast sagen, ein Kind, ein Sitz vermarktet wird. Das heißt, es wird von Geburt an bis zu 1,50 Meter eine Konstruktion geliefert, wo also das Kind sozusagen durchgehend im selben Produkt gesichert werden kann. In unserem Test haben diese beiden Sitze derzeit ein Genügend erhalten. Warum ist das so? Es ist ganz einfach sehr schwer, ein Produkt zu bauen, das vom Säuglingsalter bis zum 1,50 Meter großen Jugendlichen eigentlich schon perfekte Ergebnisse in Sicherheit und Bedienung liefert. Das ist fast nicht möglich. Es ist also kein Wunder, dass diese Sitze hier ein Genügend erhalten haben. Und dieses Genügend kommt sogar hauptsächlich aus der Note Bedienung und Missuse. Also es war nicht mal die Sicherheit das Problem, sondern die Bedienung dieser Produkte. Man muss ja so viel umbauen, so viel bedenken, dass immer wieder die Fehlerwahrscheinlichkeit zunimmt. Und wenn das Kind dann falsch gesichert ist, dann ist es auch falsch unterwegs. Also ich würde schon empfehlen, auch mal das auf mehrere Produkte aufzuteilen. Mit einer Babyschale zu beginnen, sich dann umzuschauen, was nehme ich als nächstes für ein Produkt. Und vielleicht muss man dann sogar noch mal ein drittes Mal ein Sitzerhörer mit Rückenlehne kaufen. Aber spätestens, wenn man mehrere Kinder hat, ist es eh kein Problem, weil man kann ja die Produkte dann immer weiterverwenden. Wie sieht es mit gebrauchten Kindersitzen aus? Sind diese ohne Bedenken weiterzuverwenden? Ja, es ist akzeptabel, im Verwandten- oder Bekanntenkreis Sitze weiterzugeben. Da lässt sich ja die Vorgeschichte des Sitzes eruieren. Denn wichtig ist natürlich schon, dass der keinen Unfall schon erlebt hat, der Kindersitz. Oder im Keller vielleicht einmal falsch umgelagert worden ist und die Styropor-Innenschale dabei gebrochen ist. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist den Bezugsstoff runterzunehmen und den Sitz zu überprüfen. Der ÖMTC selber bietet das auch immer wieder in Aktionen an, dass Leute mit älteren Sitzen vorbeischauen können bei uns. Und das Personal bei uns sieht sich das dann an, ob der Sitz noch brauchbar ist. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass Kinder durch ihr bloßes Verhalten unfallähnliche Zustände beim Sitz erzeugen. Also wenn Kinder zum Beispiel sehr oft mit dem Kopf gegen die Kopflehne schlagen, dann entsteht eine ähnliche Markierung eigentlich im Styropor, die wir auch feststellen, wenn ein Sitz einen Unfall bereits erlebt hat. Und der Sitz ist dann aber genauso nicht mehr brauchbar. Also es kann auch sein, dass der Sitz keinen Unfall hatte und trotzdem nicht mehr brauchbar ist, weil aufgrund der Lebensgeschichte oder des Verhaltens der Kinder das Styropor unbrauchbar gemacht worden ist. Der ÖAMTC empfiehlt, Kindersitze im Fachhandel zu kaufen. Von Bestellungen im Internet rät ÖAMTC-Techniker Stefan Kerbel ab. Ja, selbstverständlich kann man ihn auch im Internet bestellen. Es kommt dann ein relativ großer Karton nach Hause. Dann muss man den Sitz mal auspacken, zusammenbauen. Dann kann ich als erstes mal das Kind reinsetzen und mal schauen, ob das alles passt. Ich muss auch nochmal runter zum Auto gehen, möglichst samt Kind, und das ausprobieren. Und dann stelle ich vielleicht fest, ups, kann kein Beifahrer mehr mitfahren, weil der Sitz so viel Platz im Auto wegnimmt, dass das Auto eingeschränkt nicht mehr zu verwenden ist. Dann muss ich den ganzen Sitz wieder einparken und zurückschicken. Das erspare ich mir im Fachhandel. Ich muss aber schon das Kind natürlich und das Auto mitnehmen, sonst bringt es nichts. Dann setze ich mal das Kind rein, schaue mal, welcher Sitz passt am besten, welcher Sitz gefällt dem Kind. Die Kinder haben auch ihre Geschmäcker, auch wenn ich das nicht als zu bedeutsam einstufen würde. Und dann muss ich eben den Sitz samt Kind auch noch im Auto ausprobieren. Das heißt, es wäre auch jener Fachhandel gut, der überhaupt über die Möglichkeiten verfügt, dass man den Sitz auch mit rausnehmen kann auf einem Parkplatz, wo man dann die Konstellation Kind, Sitz, Auto unmittelbar prüfen kann. Und dann kann ich auch gleich den Sitz kaufen, den ich ausprobiert habe, lasse ihn gleich im Auto drin, gehe nur mehr reinzahlen und die Sache hat sich erledigt. Alle Details zum Kindersitztest finden Sie auf oeamtc.at-tests und in der November-Ausgabe des Autotouring. Alle Details zum Kindersitzt